Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wir hatten Haupt- und Nebenbeziehungen. Ich war hauptsächlich Nebenbeziehung für andere Hauptbeziehungen. Die Unterscheidung war eine ernste Sache und man hielt sich für gewöhnlich an die Abmachung. Auch wenn im Nachhinein über diese Zeit gesagt wird, dass die Sexualität eine zu hohe Bürde zu tragen gehabt hätte, weil sie für Selbstsuche, politische Befreiung und Heilsversprechen in einem stand, erinnere ich mich nicht an die Bürde, sondern an Erfahrungen. Ich erinnere mich auch gar nicht an so viele Beziehungsdiskussionen oder Diskussionen darüber, wie befreite Sexualität konkret aussehen könnte. Es war uns allerdings bewusst, dass wir gebrochen waren. Nicht mehr ganz. Ironisch bezeichneten wir einander ab und zu als befreites Gebiet. 6.04.1993. Der Konsens mit A lautet, wir haben jetzt nur Sex, was so viel heißt wie, dass keine weiteren Beziehungsansprüche ableitbar sind, von keiner Seite. mit A.G. Vielen Dank.